Hallo liebe Follower, heute möchte ich euch den Skoda Kamek vorstellen in der Monte Carlo Edition mit Skoda-typisch höchster Ausstattungslinie. Ausgestattet ist er mit einem 1-Liter-Motor mit 110 PS als 7-Gang-Automatik-Getriebe. Typisch für die Monte Carlo-Version sind die Vollschalensitze und das speziell ausgestattete Interieur. Das Interface hier, wie Sie sehen, vom Monte Carlo typisch wie der damalige Anfänger vom Fabia auf der Grundbauform eher basiert, genauso wie auch mit dem Interface mit AppConnect gekoppelt für Bluetooth-Nutzung, Handy-Nutzung direkt während der Fahrt übers Lenkrad oder direkt über die Touch-Bedienung. Auch ein großer Vorteil des Skoda Kamek ist sein großer Kofferraum, der auch nochmal erweitert werden kann bis über 1000 Liter mit den umklappbaren Rücksitzen auf ein Drittel und zwei Drittel Optionen. Zudem haben wir noch ein Gepäcknetz im oberen eingespannt für kleinere Teile, so wie wir auch unten nochmal im gesamten Gepäckraum ein Hängenetz aushängen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch hier bei uns im Autohaus Koch Ihnen das Modell zu zeigen.